Und willkommen zu meinem neuen Video, Leute, äh, Juni wieder hier, und dir heute wieder unser zweiter Part von Amnesia, oh, ein Daniels Tagebuch, all gern eins von drei. Tin Hanan. Oh, ich will den Weg, früh in die schwarze Nacht. Morgen werde ich die Männer in die älteren Struktur bringen, um zu erreichen, um zu erreichen. Irgendwann, was der Professor von mir behauptet, sollte der Digg etwas Interessantes geben, um sie zurück in London und das britische Museum zu bringen. Jetzt, Brennenberg. Aha. Gucken wir mal runter hier. Weil viel Licht ja immer kommt, ey. Wenn man abends immer so ein richtig geiles Zimmer spielt, also es ist richtig, ähm, dunkel, dann sieht man schon nicht gerade viel. So. Dann Stuhl. Mr. Chair. Wie bitte bei der Mann? Ähm. Oh. Zünderbox, ja? Okay, hier ist wohl nix. Dann gehen wir hier lang, und... Oh. Oh, kann man doch lang gehen? Okay. Na, ich hab doch die Qualität ein bisschen besser gemacht jetzt, wenn ihr es vielleicht schon seht. Wenn nicht, dann, naja. Ist eigentlich genug hier, man sieht hier was. So, offenbar ist hier nix dran. Oh, doch. Dann nix für ne Buchse. Dann nimm wir hier noch ne Note. Och. Tagebuch 12 und 3. Wenn meine Hande drehen wie ich schreib. Ich fühle die 필요 um zu dokumentieren meine Tribulation, denn ich veröre, dass meine Ehren ich nicht schief. Heute, ich lege ein paar Menschen und versuchte in den dunklen, ähnlichen Passage我们 geliebten. Unsere Prenknäcke snapped wäntlich in die neuner windelig leid um uns messen. Wir langsam hatten unsere Weg zu unterhalb. Die Menschen waren superstitisch und furchte. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. I was trapped. I was trapped. No, I don't know when I was trapped. So, let's go here. Oh, what's that here? Wow, wow, shit. Shit, shit, shit. These are old chains. Let's go here. Let's go here. Let's go here. Let's go here. Boah, so. Ach, macht Julia zu. Man weiß ja nie. Oh, eine Truhe. Öl. So wechseln. Och. Ach. 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 auch hinterquete die kam auch schon keine Ahnung die Stoia Hauptbombe kleines Lochchen wie sie mich gerade an der obersten Notar Scheiße ich kann mal ja oh mein Gott hier ist das Öl oh vielleicht ist hier drastunter hm nein, egal ich denke, ich muss das so drücken, ja, schon wieder upsala, upsala, upsala aber nix komm hier rein so, ist das nicht so? oh, 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 ich fühle Licht, wenn man kommt oh 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 Okay, passiert nicht. Was passiert jetzt? Hallo. Hallo. Oh. Was ist denn das für ein Licht? Schönen. Er wartete auf mich. Es ist gut. Wie geil das aussieht, ne? Können wir Hände drauf machen? Ja. Ich glaube, es ist in meine Hand ein. Ja. Geometrie. Oh. Aber. Oh. Zünderbüchse. Was ist denn das? Da kann ich nicht angehen. Offenbar nix. Och. Raus gehen, ey. Wow. Eine Tötung. Ähm. Oh. Hello. Muss an ein... Okay, dachte ich jetzt auch. Komm, Stein. Oh, Stein ist dick, ey. Was ist denn das hier? Oh, keine... Hm. Boah, weiter, wenn ich gucke, ey. Also, ich bin so glücklich, ne? Boah, bin ich glücklich, ey. Loll. Oh. Ja? 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 Von Anfang. Ich hab das hier mal bei PewDiePie gesehen, vor einem halben Jahr. Ich hoffe, dass ich es nicht vergessen habe. Oh, hier ist doch was. Wow. Tür geht nicht so scheiße. Oh, Schlüssel. Weinkeller-Schlüssel. Wow, wow, wow. Shit, 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 shit. Tschüss, Kaka-Poke-Gang. Drauf, hoffenbar, hoffenbar nix. Hoffen wir mal, ne? So. Oh, eine Note. Ja, ja, wir haben aber keine Zeit dafür. Und es gibt mir alles. So, ich geh mal kurz auf, shift und. Ist grad auch immer zu dürfen, oder? Ja, hier. Hä, war ich nicht grad hier? Habe ich hier nicht von angefangen? Wow, shit, 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 shit. Ach, Mann, scheiße. Boah, was ist das? Loll, ein Geist. What the fuck? Loll. Wie episch. Loll. Kann man das Bild nehmen? Ich will das Bild umfassen. Okay, kann man nicht. Stierbild. Okay, kann man aber auch nicht. Alter. Schockpool. Oh, was ist denn das für ein Geräusch, ey? Selten, ne, wie ich ja. So, dann gehen wir da in der Eingangshalle. Oh, ich hab grad eine Nachricht gekriegt. Von wem denn? Ach, Milena. Es tut mir leid, Leute. Musst du aber warten. Ich bin grad dabei, ein Video zu machen. So. Wow, wow, shit, chill. Was passiert? Ah, scheiße, was ist denn hinter mir? What the fuck? Epic. Da runter, gell? Oh. Weinkeller, ne? Wo geht's denn hier lang? Weinkeller und Labor. Weinkeller war links, oder? Nee, rechts. Labor. Ja, okay, Weinkeller war hier. Oh. Schlüssel, die Tür. Ein Schlüssel. Aber jetzt bin ich hier. So, dann gehen wir an Weinkeller. So, ich glaube, jetzt höre ich doch auf hier und, ähm, jo, ein Gefühl, wenn ich das Video gefallen hat, oh mein Gott, ey, wie peinlich, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es doch bitte ein Like und, ähm, vielleicht auch mal mit Freunden, wir senden das Mensch, jo, was wir machen könnten, so. Denn, ich würde mich sehr, sehr gerne über Feedback freuen. Comments, Likes, Favorites, keine Ahnung was. Ich kann sehen, wie viele meine Videos favorieren und liken und monat. Und ich höre jetzt aber lieber mal hier oben auf. Dann gehen wir nach oben hier. Und ich sage, das war's dann auch für den ersten Part. Der nächste Part kommt jetzt bald auch. Und, ähm, ich würde danke für die Leute und ciao.